Wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 75, Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU, Bündnis 90 Die Grünen zu 25 Jahren Verkehrsverbünde in Hessen, die Drucksache Nr. 3007 aus dieser der 20. Legislaturperiode. Den Entschließungsantrag begründen möchte die Kollegin Müller, und das darf sie hiermit auch tun. Zehn Minuten Redezeit haben wir vereinbart. Alle wissen, man muss sie nicht nehmen, man kann sie nehmen. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe mich gleich schon auf den Weg gemacht, um keine Verspätung zu produzieren, damit wir zügig zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen. Wenn wir keine Pandemie und die größte Krise aller Zeiten hätten, dann hätten wir uns nächste Woche wahrscheinlich ganz viele von uns im Palmgarten in Frankfurt getroffen und hätten 25 Jahre RMV gefeiert. Deswegen freue ich mich, dass wir hier an dieser Stelle den beiden größten hessischen Verbünden, dem NVV und dem RMV, zum 25-jährigen Jubiläum Glück wünschen können. Ich denke, da sind wir uns in diesem Hause einmal alle einig. Es gilt aber nicht nur, den beiden Verbünden zum Jubiläum Glückwünsche zu überreichen, sondern den beiden Verbünden RMV und NVV, aber auch dem VRN, dem ältesten Verbund hier in Hessen, Dankeschön zu sagen für eine lange, gute Arbeit seit der Verbundgründung, die dazu wesentlich beigetragen hat, dass die Verkehrswende hier in Hessen vorangehen kann. Gerade in Zeiten von Corona ist es wichtig, die Arbeit der Verbünde zu würdigen, aber auch ein Stück Vertrauen zu vermitteln, dass es sicher ist, Bus und Bahn zu fahren, wenn man Rücksicht aufeinandernimmt, wenn man die Mindestabstände einhält und wenn man einen Mund-Nasen-Schutz trägt. Dann kann der ÖPNV selbstverständlich genutzt werden, und der ÖPNV braucht weiter unsere Unterstützung, um auch gut ausgebaut zu werden. Ich habe es eben schon kurz erwähnt, der VRN ist schon 1989 gegründet worden. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal ein extra Dankeschön an den VRN sagen, weil er oft vergessen wird, das ist das eine, aber zum anderen, weil er auch immer schon innovativ war. Im VRN gab es als erstes das Max-Ticket, sozusagen ein Vorreiter des Schülertickets, es gab schon den Fahrradverleih, es gab das Luftlinenticket, also der VRN ist ein ganz wichtiger Bestandteil der hessischen Erfolgsgeschichte der Verbundgründung. Die Idee hinter den Verbünden, in denen uns viele andere Bundesländer beneiden, also wenn man nach Baden-Württemberg guckt, die machen auch eine gute Verkehrspolitik, aber da gibt es einen Flecken, typisch von Verbünden und kleinen Verbünden, dass es ganz anders organisiert ist und natürlich nicht so gut wie in Hessen. Die Landkreise und Städte haben eine Verbundfamilie gegründet und organisieren den Personennahverkehr in Hessen einen Verbund, einen Preis und ein Ticket. Das war damals das Motto, und es kann sich wahrscheinlich kaum noch jemand daran erinnern, wie es damals war, als es noch nicht so war, als es den Verbund nicht gab, als man Einzelinteressen noch hatte. Ich höre stöhnen. Gut, stöhnen Sie ruhig weiter. Ich wollte jetzt einmal den Verkehrsminister anteasern, indem ich sagen wollte, dass sich kaum noch einer erinnern kann, außer Tarek Al-Wazir wahrscheinlich. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN der uns vielleicht nachher die Geschichte vom Aussteigen und Wiedereinsteigen in Offenbach-Ledermuseum erzählen wird. Das war der Teaser. Dass sich die Verbundgründung bewertet, zeigen aber auch die Zahlen. Die Fahrgastzahlen sind seit Verbundgründung um 50 % gestiegen. Jeder zweite Einwohner nutzt den RMV mehr oder weniger regelmäßig. Vor fünf Jahren, manche werden sich erinnern, haben wir auch die Verbünde für das 20-jährige Bestehen gelobt. Damals war es so, dass die Steigerung der Fahrgastzahlen auf 35 % war. Ja, in fünf Jahren eine Steigerung auf 50 % ist eine enorme Leistung. Ich würde einmal überlegen, woran das liegen könnte, nämlich an dem Schülerticket, das wir eingeführt haben, das Seniorenticket oder das Bediensteten-Ticket. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Wenn es Beschwerden gibt, landen alle immer bei dem Verkehrsminister. Deswegen, finde ich, kann man ihn an dieser Stelle auch einmal loben. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Ich habe doch extra so ein friedliches Thema gewählt, damit wir ein schönes Thema haben. Das mache ich auch nicht. Seit der Gründung des Verkünders ist der öffentliche Personennahverkehr auf Wachstumskurs. Hermkau und NVV haben sich zu Mobilitätsdienstleistern entwickelt, vom Verkehrs- und Mobilitätsverband. Es geht um die Verknüpfung der Verkehrsträger. Es geht um Carsharing, was mit dem ÖPNV verknüpft wird. Das Fahrrad wird mit dem ÖPNV verknüpft. Da sind beide Verbünde auf einem guten Weg. Es gibt jetzt die Mobilitätskarte. Man kann alle Mobilitätsangebote mit dieser Karte nutzen, die Carsharing- und die Fahrradverleihsysteme. Man hat nicht nur die Strecke von Bus und Bahn im Blick, sondern der Weg von A und B kann komplett mit dem ÖPNV organisiert werden. Gerade in Corona-Zeiten gilt es an dieser Stelle, die Digitalisierung noch weiter auszubauen. Die Deutsche Bahn hat einen DB-Navigator. Das wäre vielleicht auch eine Idee für den Regionalverkehr, dass man weiß, welcher Zug ausgelastet ist. Ich glaube, wir werden eine ganze Weile noch einen halbvollen Zug als vollen Zug bezeichnen können, so hat es Prof. Dr. Ringert jetzt neulich ausgedrückt. Aber das ist auch nicht schlimm, weil die Fahrgastzahlen, ich habe es erwähnt, sind auf 900 Millionen € im Jahr gestiegen. Da muss ausgebaut werden. Gerade im Rhein-Main-Gebiet kommt der ÖPNV oft an die Kapazitätsgrenzen. Es ist auch viel geplant und auf den Weg gebracht worden, was jetzt ausgebaut werden kann. Jetzt gilt es, das Vertrauen zu Bussen und Bahnen wieder zurückzugewinnen. Der Gewinner dieser Krise ist das Fahrrad. Mit dem Fahrrad können nicht alle Wege vorangebracht werden. Deswegen brauchen wir einen gut ausgebauten ÖPNV. Das werden sogar die Freunde von Fridays for Futures einsehen. Wenn alle Menschen mit dem Auto fahren und nicht mehr mit dem ÖPNV, der das Rückgrat der Verkehrswende ist, haben wir überall ein Problem und haben Stau. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Deswegen ist es auch gut, dass der Bund die 2,5 Milliarden € Regionalisierungsmittel an die Länder weitergibt, um die Einnahmeausfälle zu kompensieren. Die Länder werden das auch tun, um allein das Defizit zu kompensieren. Da sind wir uns einig, das ist schön. Aber es muss auch weitergehen. Die nächste Finanzierungsvereinbarung steht an. Das Land Hessen gibt alle Regionalisierungsmittel weiter, hat bei der letzten Finanzierungsvereinbarung erstmalig seit langer Zeit wieder eigene Landesmittel zur Verfügung gestellt. Ich gehe davon aus oder hoffe, dass wir das auch wieder tun, um damit aber auch die lokalen Verkehre stärker zu berücksichtigen können als bisher. Jetzt habe ich viel von Südhessen geredet. Als Nordhessin ist das sicherlich ungewöhnlich. Ja, aber wahrscheinlich hatte der römische Geschichtsschreiber Tacititus recht. Er sagte, die Katten haben einen regeren Geist. Deswegen war ich in der Lage, als Nordhessin auch viel über Südhessen zu reden. Jetzt will ich aber auch noch in meiner verbleibenden Zeit natürlich den NVV loben, der auch sehr innovativ ganz früh war, mit der Regiotram verbindet Stadt und Land. Ich habe es hier schon oft gesagt, ein echtes Erfolgsmodell, weil an den Regiotram-Strecken immer mehr Menschen wohnen. Der Odenwald macht das auch jetzt. Gerade konnten wir die Erfolgsgeschichte der Odenwaldbahn lesen, die vom eigenen Erfolg eingeholt wurde. Ja, ich will den Platz nicht unterdünken. Auch da wird ganz viel investiert. Der Kollege Frömmrich sagt noch einmal Kur-Hessen-Bahn. Natürlich ist auch die Kur-Hessen-Bahn ein Erfolgsmodell, reaktiviert und hat mit weniger Fahrgastzahlen gerechnet. Auf allen Ebenen ist es ein Erfolgsmodell, die Fünf-Minuten-Garantie im NVV oder das Projekt Mobilfalt. Da gibt es auch wieder Parallelen zum Odenwald. Dort gibt es das garantiert Mobil, aber auch die Verknüpfung, für Dauerkunden E-Bikes zur Verfügung zu stellen oder den Stundentakt auf den regionalen Linien einzuführen. Beide Verkehrsverbünde haben ihre Stärken und können in ihrer Stärke gemeinsam etwas auf den Weg bringen, nämlich das Schülerticket und das Landesticket und das Seniorenticket als einheitliches Ticket. Da mir die Zeit wegläuft, würde ich sagen, es ist schön, wenn wir uns einig sind, dass wir den ÖPNV auch die nächsten fünf Jahre unterstützen wollen. Das erste Signal können wir setzen, indem wir alle dem Antrag zustimmen werden. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller. Das war fast eine Punktlandung. Als Nächster ist Herr Gagel aufgerufen. Jetzt bekommt er auch das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bin noch ganz beschwummert von dem Selbstlob, was wir eben wieder gehört haben. Ich habe gedacht, hier sind sich alle einig. Das klingt alles wunderbar. Das erinnert mich ein bisschen an die Volkskammer der DDR. Da war das auch früher. Wir sind ganz toll, und das ist alles wunderbar. Wir haben überhaupt kein Problem in Hessen. Als ich den Antrag das erste Mal las, habe ich mir gedacht, was wollen Sie eigentlich überhaupt? In Zeiten von Massenentlassungen, Jobkündigungen, dramatisch einbrechenden Steuereinnahmen, Angst der Bürger für die Zukunft, ob nun finanziell oder gesundheitlich, kommen Sie ein und bringen so einen nichtssagenden Antrag. Das zeigt doch, dass Sie kaum ein besseres Beispiel nennen, dass Sie nicht wirklich am Wohl den Sorgen der Bürgern und Nöten interessiert sind. Kommen wir einmal zum dünnen Inhalt Ihres Antrags. Sie singen da ein hohes Lied auf den RMV und NVV, die es seit 25 Jahren gibt. Das Jubiläum, keine Frage, finden wir auch ganz toll. ÖPNV, ich will es klarstellen, ist eine gute Sache. Wir hoffen auch für alle Beteiligten des RMV, NVV und anderer ÖPNV-Betriebe auf einen guten Ausgang aus der schwierigen wirtschaftlichen Situation aufgrund des stark zurückgegangenen Fahrgastabkommens. Aber eines Setzantrags hätte es dazu gewiss nicht bedurft. Kommen wir einmal zum Problemfall ÖPNV und reden wir einmal darüber, was Sie in Ihrem Antrag ziemlich laut verschweigen. Erstens. Die Menschen haben erkannt, der ÖPNV ist in Corona-Zeiten kein sicheres Verkehrsmittel. Zweitens. Damit sind die Bürger der hier proklamierten Politik der Regierungsfraktionen weit voraus. Denn die Bürger haben erkannt, dass die Zeiten, wo jeder jeden im vollen Bus oder der vollen S-Bahn anhustet, vorbei sind. Die die Landesregierung tragenden Fraktionen scheinen das bisher zu ignorieren, genau wie sie auch die weiteren Fakten rund um den ÖPNV ignorieren, nämlich erstens, dass der Kostendeckungsgrad von ÖPNV-Betrieben 60 % und weniger ist. ÖPNV-Betriebe waren schon immer hochdefizitär und auf staatliche Subventionen angewiesen. Zweitens. Sie ignorieren, dass der Pkw mit einem Anteil von 79 % am persönlichen Individualverkehr das Hauptverkehrsmittel der Deutschen bleibt. Ohne das Auto geht nichts in unserem Land. Ich wiederhole, nichts. Das wird auch nach Einschätzung aller Verkehrsexperten auch die nächsten Jahrzehnte so bleiben. Drittens. Sie ignorieren, dass unsere Bürger pragmatisch sind. Denn sie haben aus einem Mix von Verkehrsmittelangeboten das Beste für ihre Bedürfnisse gewählt. Die Bürger sehen keinen Grund für ein Mehr an ÖPNV. Das beweisen die stagnierenden Raten des ÖPNV an der Mobilität insgesamt. Viertens. Anders als in Ihrem Entschließungsantrag dargestellt, hat die COVID-19-Krise dazu geführt, dass viele Menschen aus Sorgen vor dem persönlichen Infektionsrisiko vom ÖPNV auf das Auto umgestiegen sind. Wie die Schlagzeilen in vielen Medien zeigten, hat sich der Pkw in der Krise also als absolut sicheres Verkehrsmittel bewährt und es den Menschen ermöglicht, trotz zeitweise strikter Kontaktsperre und Ausgehbeschränkungen zu Arbeit zu fahren oder einfach mobil zu bleiben. Ein hoher Grad an Mobilität ist eine Voraussetzung für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes. Man kann zwar einen Teil der Arbeit ins Homeoffice verlagern, die Industrieproduktion, den Warentransport, die für die Aufrechterhaltung der Infrastruktur notwendigen Dienste sind aber davon ausgenommen. Ärzte, Pflegepersonal, Feuerwehrleute, das Personal von Kraftwerken, Kläranlagen, Polizei und viele für die Funktion unserer Gesellschaft und für unser Land wichtige Personen wären ohne das Auto in der Krise nicht zum Einsatz gekommen, meine Damen und Herren. Die Folgen hätten katastrophal sein können. Allein aufgrund der extrem hohen Akzeptanz und der großen Beliebtheit des Automobils bei der Bevölkerung muss doch eine am Gemeinwohl der Bevölkerung ausgerichtete Landesregierung ihre Verkehrspolitik auch danach ausrichten. Das sehe ich hier aber nicht, meine Damen und Herren. Im Gegenteil, unsere schwarz-grüne Landesregierung unterstützt seit Jahren eine autofeindliche und ideologische Verkehrspolitik und stellt das Auto und deren Fahrer als Last für die Verkehrsinfrastruktur dar. Diese Politik ist darauf ausgerichtet, dass 47,7 Millionen deutsche Autofahrer diffamiert und gegängelt werden. Die Ignoranz der Fakten, der Rückbau wichtiger Verkehrsadern in den hessischen Innenstädten zugunsten von mehr Fahrradwegen und Busspüren führt dazu, dass die Länge der Staus immer mehr zunimmt und der Verkehr wesentlich zäher und langsamer fließt. Man kann das exemplarisch in den Innenstädten von Wiesbaden oder Frankfurt schön sehen. In den letzten Wochen sind die Busspuren und die Fahrradwege wie Pilze aus dem Boden geschossen. Die Folge ist in der Tat, man braucht wesentlich länger mit dem Auto. Das ist Ihr politisches Ziel. Wieder einmal fordern Sie mit dem Antrag dieses Parlament auf, in das Loblied auf den ÖPNV einzustimmen, obwohl Ihre falsche Verkehrspolitik aus RMV und NVV ein Fass ohne Boden gemacht hat. Zu den bisherigen Subventionen soll es nämlich wegen der Rückgänge bei den Fahrgastzahlen im ÖPNV von über 60 %. So hat es die FATS am 23. April 2020 noch einmal einen einmaligen Zuschussbetrag von 2,5 Milliarden € Steuergeld geben. Das schreiben Sie sogar in Ihrem Antrag. Wir sehen darin keinen positiven Impuls für den Erhalt des Mobilitätsangebots in Hessen, sondern es ist vielmehr die Macht des Faktischen, nämlich dass der ÖPNV in Corona-Zeiten noch mehr Steuergeld frisst als in normalen Zeiten. Ich zitiere hier einmal die Bundeskanzlerin, die bezüglich Corona von einem Langstreckenlauf gesprochen hat. Wir kommen also nicht umhin, den ÖPNV in Corona-Zeiten neu zu denken. Der ÖPNV ist kein sicheres Verkehrsmittel. Daraus wird folgen, dass die Bürger, die die Freiheit haben, sich zu entscheiden, sich auch in unsicheren Zeiten – die haben wir gerade – gegen den ÖPNV entscheiden werden. Unsicher nicht nur im Hinblick auf den Seuchenschutz, sondern auch aufgrund einer hohen Kriminalitätsrate, besonders am Wochenende und auch nachts. Ich zitiere ganz zufällig einmal wieder einen Artikel von der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Nach Angriff auf einen 27-jährigen Fahrgast in der Straßenbahnlinie 109 am vergangenen Samstagabend gegen 18.30 Uhr, bei dem ein 24-jähriger Syrer aus Essen mehrfach mit einem Messer auf den Mann eingestochen hatte, laufen die kriminalpolizeilichen Ermittlungen auf Hochtouren. Ich könnte jetzt noch weiterlesen, wie brutal der Mann in der Straßenbahn vorgegangen ist. Mit Sicherheit ist das hier aber kein Werbeblock für den ÖPNV. Das wissen die Menschen draußen. Meine Damen und Herren, ein weiterer Begriff, den grüne Politiker und die grüne CDU selbstverständlich auch, ihrer ideologischen Agenda nicht nur in der Verkehrspolitik, sondern auch in der Umweltpolitik inflationär benutzen, ist die Idee der Nachhaltigkeit. Wir sind überzeugt, dass die Sicherung der hessischen Arbeitsplätze bei der Automobilindustrie nachhaltig ist. Die steuerbasierte Finanzierung grüner Ideologien dagegen, meine Damen und Herren, ist weder nachhaltig noch krisenfest. Wir benötigen daher auch keine Verkehrswende, weder aus wirtschaftlichen noch aus ökologischen Gründen. Deutschland hat ein gut entwickeltes Verkehrsnetz von Straßen- und Schienenwegen. Es muss unser Ziel sein, dieses mit Augenmaß und entsprechend der Bedarfe der Bevölkerung zu erhalten und zu verbessern. Noch ein Wort zu den Regio-Tram-Konzepten, die in Ihrem Antrag auch vorkommen. Die Regio-Tram-Konzepte, meine Damen und Herren, sind die mit Abstand teuerste Möglichkeit einer Anbindung des ländlichen Raums an die Städte. Die durchschnittlichen Systemkosten je Streckenkilometer sind etwa doppelt so hoch wie für einen Großraumbus mit eigener Fahrspiel. In einer Zeit, in der wir über Sonderschulden wegen der COVID-19-Krise sprechen, kann das Motto doch hier nicht sein, Herr Bellino. Darf es noch ein bisschen mehr sein vom giftigen Schuldencocktail, den Sie gerade hier anrühren, lassen Sie sich, meine Damen und Herren, von dem Jubiläumswerbeblock der Fraktionen der Regierungskoalition hier nicht blenden zu 25 Jahre RMV und NVV. Die Fakten werden uns zwingen, den ÖPNV neu zu denken, genauso wie die Fakten auch den Luftverkehr, das hat man heute Morgen schon, auch zwingen werden, den Luftverkehr neu zu denken. Dabei wird herauskommen, und das ist die Quintessenz von dem, was ich heute sage, dass sich aufgrund geringerer Kapazitäten Nutzenkostenfaktoren verschlechtern werden. Das gilt im Übrigen auch für das Projekt der hier in Wiesbaden-Rheingau-Tornus geplanten Citybahn, wo man immer erfährt, 1,5 Nutzenkostenfaktoren. Das Ding ist damit hinfällig. Das ist Ihnen nur noch nicht bewusst. Sie werden es früher oder später auch zur Kenntnis nehmen müssen. Danke schön. Vielen Dank, Kollege Eckert. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 25 Jahre Verkehrsverbünde in Hessen. Das ist in der Tat ein Anlass, nicht nur zu gratulieren, sondern dankbar zurückzublicken und engagiert und motiviert in die Zukunft zu schauen. Der Gründungsprozess fand zwar unter der Steuerung der damaligen rot-grünen Landesregierung statt, und sie waren auch wesentliche Treiber. Aber das Erfolgskonzept und das Erfolgsrezept der Hessischen Verkehrsverbünde besteht bis heute auch darin, dass sie von keiner Partei und keiner Fraktion zur eigenen Profilierung immer ausgenutzt werden und sich dagegen auch verwahren und deutlich machen, dass wir gemeinsam in einem Konsens dieses wichtige System weiterentwickeln. Die Verbünde sind dort ein ganz wichtiger Faktor, meine Damen und Herren. Gleichwohl sind die Grundlagen – und dieser historische Exkurs muss dann auch bei einem Jubiläum gestattet sein – sind die Grundlagen für die hessischen Verkehrsverbünde mit dem Hessischen ÖPNV-Gesetz vom 8. Juni 1995 in der Zeit der Regierung Hans Eichel mit den sozialdemokratischen Verkehrsministern Ernst Weltecke und Lothar Klemm gelegt worden. Ich will aber noch weitere. Es gibt noch den einen oder anderen Zeitzeugen hier im Raum. Herr Kollege Al-Wazir und Herr Kollege Rudolph, Sie waren ja auch mit dabei. Von daher können Sie erzählen, wie es damals war. Aber bereits bei der Gründung der Verbünde gab es ein sehr enges Zusammenwirken, z. B. der damals mit Abstand größten Parteien, SPD und CDU, z. B. beim RMV, mit dem sozialdemokratischen Oberbürgermeister von Frankfurt, Andreas von Schöller, und dem Christdemokraten und Landrat des Main-Taunus-Kreises, Jochen Riebel. Bei allen Unterschiedlichkeiten in Nordhessen und Südhessen haben beide Verbünde in ihren 25 Jahren dafür gesorgt, dass wir uns in Hessen stetig kommunal getrieben weiterentwickelt haben, stetig Verbesserungen für die Nutzerinnen und Nutzer ermöglichen. Beispielhaft sei da entsprechend das erfolgreiche Regiotram-Konzept in Nordhessen erwähnt, oder Mobilfalt oder die Streckenreaktivierung. Es wurden eben schon durch Einzelapplaus dargelegt, wo man Taunusbahn, Odenwaldbahn beim RMV und viele andere Dinge mehr. Die Verbünde waren damals das erste Regionalprojekt der Republik, und sie sind bis heute eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht. In Verbindung mit der VRN für den Landkreis Bergstraße entstanden damals in Hessen erstmalig in Deutschland flächendeckende Verbünde. Hieran wird zu Recht deutlich. Hessen hat in der Vergangenheit immer wieder den Anspruch erhoben, eine führende Rolle bei allen Lösungsansätzen zur Mobilität zu spielen. Deswegen darf eine Debatte nicht in der Betrachtung der Leistungen und im Betrachten des Erreichten stehen bleiben. Wir brauchen eine Weiterentwicklung des Anspruchs auf die führende Rolle in Fragen der Mobilität der Zukunft. Da ist es gut, dass aus der kommunalen Ebene heraus viele Ideen und Initiativen entwickelt und getragen werden. Kollegin Müller hat allein diese Woche auch angesprochen. Die Odenwaldbahn, über die ich mich sehr freue, diese weiteren Entwicklungen. Weitere Streckenreaktivierungen, die diskutiert werden und von denen ich mir hoffe, dass sie seitens des Landes tatkräftig unterstützt werden. Sei es die Neuerungen mit Mindestbedienungen im Stundentakt im ländlichen Raum in Nordhessen und viele andere Themen mehr. Ja, da braucht es auch Ideen, wie wir gemeinsam die Infrastruktur so weiterentwickeln können, damit den gestiegenen Nutzerzahlen im Ballungsraum Rechnung getragen werden kann und damit wir dem ÖV zu einem echten Alternativangebot im ländlichen Raum entwickeln können. So wie im Schulterschluss aus Koalition und Opposition zwischen Land und kommunaler Ebene wir in Hessen vor 25 Jahren Geschichte geschrieben haben mit den Verbünden, so brauchen wir dies im Jahr 2020 erneut. Ich weiß, nach dieser Woche klingt das als eine Vorstellung, die an Irrationalität grenzt. Aber wir als SPD-Landtagsfraktion haben dazu öffentlich auch den Vorschlag bereits gemacht, aus dem Landtag heraus die Gestaltungsfelder für eine Mobilität der Zukunft in Hessen mittels einer Enquetekommission zu erarbeiten und so Gestaltung möglich zu machen. Diese Enquetekommission Mobilität der Zukunft in Hessen 2030 ist notwendig, sie ist wichtig, und ich freue mich, dass auch die Fraktionsvorsitzenden der Koalition öffentlich von einer anfänglichen Ablehnung hin zur Zustimmung zu dieser Idee unserer Fraktionsvorsitzenden gelangt sind. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Dieser Anspruch, eine führende Rolle bei allen Lösungsansätzen zur Mobilität zu spielen, soll auch mit dieser Enquetekommission verfolgt werden. Der Trend der Individualisierung bei gleichzeitiger dauerhafter Überlastung der Verkehrsinfrastruktur und Verkehrssysteme in den urbanen Verdichtungsräumen führt dazu, dass der Mobilitätsbedarf wachsen und die Vielfalt der Mobilitätsformen zunehmen wird. Diese Parameter prägen die Entwicklung der Mobilität 2030. Die Menschen sind mobiler im Berufsleben und in ihren Freizeitaktivitäten. Es wird zu beobachten sein, inwiefern sich aufgrund der Corona-Pandemie Veränderungen in der Organisation von Arbeit und damit im beruflich induzierten Mobilitätsverhalten ergeben. Das Bewusstsein für Klima- und Ressourcenschutz, Umwelt- und Nachhaltigkeitsziele sowie die Ziele, Gesundheitsrisiken zu minimieren und die Aufenthalts- und Lebensqualität zu verbessern, tragen ebenfalls zu Veränderungen der Mobilität bei. Es ist unbeschreitbar, dass der Mobilitätssektor einen wesentlich höheren Beitrag zum Erreichen der Klimaziele leisten müssen, als es bisher der Fall war. Wir brauchen und wollen eine emissionsarme Mobilität. Bisher sind die CO2-Emissionen im Mobilitätssektor insgesamt nicht gesunken. Aber auch hier wird sich das Nutzerverhalten sowie die Mobilitätskultur nachhaltig ändern. Als weiterer Trend nimmt die Urbanisierung mit der Ausbreitung und Verstärkung städtischer Lebens-, Wirtschafts- und Verhaltensweisen zu. Die Menschen wünschen im Zuge dieser Urbanisierung, in sauberen und leiseren Städten mit weniger Verkehr und einer größeren Lebensqualität zu leben. Diese Erwartungen müssen wir bei der Ausgestaltung der Mobilität abbilden. In ländlichen Räumen wiederum besteht der Anspruch, Erreichbarkeiten mithilfe eines Mobilitätssystems grundsätzlich zu sichern und nicht abgehängt zu werden oder nicht abgehängt zu sein. Immer noch leben die meisten Hessinnen und Hessen im ländlichen Raum, und sie leben dort gerne. Hier braucht es Ideen und Angebote jenseits des eigenen Kfz, die verlässlich, planbar und bezahlbar organisiert sind. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass Mobilitätsangebote im Ehrenamt erstellt werden, Lückenfüller für fehlende Grundangebote darstellen. Da braucht es verlässliche Lösungen in Hessen. Als ein wesentlicher Trend prägt die Digitalisierung alle Lebensbereiche. Sie kennen es. Alles wird smart. Durch die Corona-Pandemie gewinnt dieser Prozess nun auch weiter Fahrt. Ausdrucksformen im Bereich der Mobilität sind Angebote der Sharing-Modelle, inter- und multimodale Mobilitätslösungen, die ein Mobilitätsmanagement und integrierte Mobilitätsdienstleistungen erfordern. Diese Trends, Individualisierung, Klima- und Ressourcenschutz, Urbanisierung und Digitalisierung führen zu grundlegenden Veränderungen der Mobilität bis 2030 und fortfolgende, die auch nachhaltig Nutzerverhalten und Verkehrsströme und damit Anforderungen an die Verkehrsinfrastruktur und ihre Managementsysteme verändern werden. Diese Veränderungen mitzugestalten, ist unsere Aufgabe der Politik. Dabei dürfen grundlegende Mobilitätsbedürfnisse nicht eingeschränkt werden. Es darf zu keiner wirtschaftlichen und sozialen Ungerechtigkeit kommen. Mobilität für alle muss bezahlbar bleiben. Die Grundversorgung an Mobilität in Form einer Daseinsvorsorge muss in der öffentlichen Hand bleiben und darf nicht durch kapitalgetriebene privatwirtschaftliche Angebote allein vorgegeben werden. Politik muss hier ordnen und gestalten, meine Damen und Herren. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Ja, auch die Frage nach der finanziellen Ausstattung der Verbünde muss zum 25. Jubiläum politisch debattiert und beantwortet werden. Es ist richtig, dass Sie in Ihrem Antrag der Koalition den Bund loben für sein Engagement in der Corona-Krise mit der einmaligen Erhöhung der Regionalisierungsmittel. Ja, es ist auch richtig und im Übrigen das würden wir auch gerne gemeinsam beschließen können, wenn Sie nicht mit dem Kopf durch die Wand wollen würden, mit dem Durchpeitschen Ihres Schattenhaushaltes, dass wir uns als Land entsprechend genau in der Form beteiligen und für die Verlustausgleiche der Verbünde bereitstehen. Da hätten wir einen Konsens, wenn Sie denn wollen würden, meine Damen und Herren. Die strukturelle Frage nach der Gesamtfinanzierung der Verbünde ist eine Herausforderung, bei der man sich nicht nur mit einem Halbsatz aus der Verantwortung stehlen darf. Es braucht da klare und auch mutige Antworten. Unsere Vorstellung, unser Ziel ist da klar. Zu jedem kommunalen Euro für die Verbünde braucht es auch den passenden Landeseuro. Somit würden wir wirklich dem politischen Anspruch, dass wir als Land mit originären Landesmitteln den ÖPNV in Hessen finanzieren wollen, auch endlich gerecht werden. Das müsste unser Leitfaden für die Beratungen zu den Finanzierungsvereinbarungen für das Land sein, meine Damen und Herren. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich komme zum Schluss. Dankbarkeit für die Leistungen der Vergangenheit, klares Bekenntnis zur Förderung und Unterstützung des ÖPNVs in Hessen, mutiges Handeln gemeinsam mittels einer Enquetekommission und mutige Ziele zur Steigerung in Angebot und Qualität. So gestalten wir Mobilität in Hessen für die Zukunft. – Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. – Nunmehr für die CDU-Fraktion Frau Kollegin Heitland. Ich gebe Ihnen schon einmal das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Schriftstellerin Eva Zeller schrieb einst, Männern und Straßenbahnen soll man nie nachlaufen. Es kommen immer wieder neue. Über den ersten Teil des Zitats erlaube ich mir jetzt einmal keine Wertung. Bezüglich der Straßenbahnen kann ich mich, Frau Zeller, aber uneingeschränkt anschließen. Denn diesem Anspruch, der Zuverlässigkeit gerecht zu werden, war und ist eines der Gründungsziele der Verkehrsverbünde RMV und NVV, die in diesem Jahr ihren 25. Geburtstag feiern. Wir gratulieren RMV und NVV und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hierzu ganz herzlich und danken den heutigen, aber auch den ehemaligen Teams, Geschäftsleitungen und Kooperationspartnern für 25 Jahre, innovative, verlässliche und bedarfsgerechte Mobilitätsentwicklung in Hessen. Der Weg unserer Verkehrsverbünde von 1995 bis heute ist ganz objektiv eine Erfolgsgeschichte. Bis zur Gründung wurde der Schienennahverkehr von der Deutschen Bundesbahn organisiert, eine Koordination mit dem Busverkehr war kaum vorhanden, Tarife und Fahrpläne waren kaum zusammenhängend und glichten einem Flickenteppich. Reisende brauchten oft auf kurzen Strecken teils mehrere Fahrkarten. Die unterschiedliche Taktung brachte lange Wartezeiten und Planungsunsicherheiten mit sich. RMV und NVV, wie auch der südhessische VRN, liebe Frau Müller, haben das Reisen praktischer, einfacher und stressfreier gemacht. Das viel zitierte Prinzip, ein Fahrplan, ein Fahrschein, ein Fahrpreis, ist heute für 5 Millionen Menschen im RMV und 1 Million Menschen im NVV-Einzugsgebiet selbstverständlich geworden. Wie engmaschig das Verkehrsnetz in Hessen ist, zeigt das Ranking der Allianz pro Schiene. Diese kam 2019 zu dem Schluss, dass Hessen unter den Flächenländern die kürzesten Wege zu Bus- und Bahnhaltestellen hat. 96 % der Hessinnen und Hessen haben höchstens 600 m Luftlinie zur nächsten Haltestelle und maximal 1.200 m zum nächsten Bahnhof. Damit liegen wir sogar noch 7 % über dem Bundesdurchschnitt. Der große Erfolg der Verbünde zeigt sich aber auch in den Nutzungszahlen. Im Gründungsjahr nutzten beispielsweise noch 530 Millionen Fahrgäste das Angebot des RMV. 2019 waren es bereits 805 Millionen. Das ist ein Anstieg von 50 %. RMV, NVV und der VRN, den die Hessinnen und Hessen in meinem Heimatwahlkreis Bergstraße und im Odenwald nutzen, insgesamt sogar 900 Millionen Fahrgäste pro Jahr. Diese Fahrgastzahlen spiegeln dabei auch den Erfolg der unterschiedlichen Fahrkartenangebote. Allein das Landesticket Hessen, das Schülerticket und das RMV-Jopticket kommen auf 830.000 Nutzerinnen und Nutzer. Hinzu kommen das relativ neue Seniorenticket und das bewährte Semesterticket für hessische Studentinnen und Studenten. Wir haben es geschafft, dass über 50 % der Hessinnen und Hessen für maximal 1 € am Tag ein öffentliches Verkehrsmittel nutzen können. Darauf sind wir stolz. Diese vielversprechenden Zahlen tragen aber auch noch eine weitere Botschaft in sich. Jeder Fahrgast, der die Angebote von RMV und NVV frequentiert, legt die jeweilige Strecke nicht im privaten Pkw zurück. Das spart Emissionen und leistet somit einen Beitrag zum Klimaschutz. Lieber Herr Kollege Gagel, niemand will hier den Individualverkehr verbieten. Das ist immer weit entfernt von. Schauen Sie sich einmal unser Landesstraßenbauprogramm an, das wir aufgelegt haben und was wir auch fortschreiben werden. Ja, da werden Sie noch mit den Ohren schlackern, wenn der Verkehrsminister das vorlegen wird. Wir haben einen Mix aus den verschiedenen Mobilitäten. Zum einen wollen Sie Schülerinnen, Kinder und Rentner, die kein Auto mehr fahren können. Wollen Sie die alle in die Autos setzen? Die brauchen die Schiene und den Verkehr. Die Corona-Krise hat es gezeigt. Über die Schiene haben wir Ware bekommen. Das wäre alles weggebrochen, wenn wir diesen Schienenverkehr nicht gehabt hätten. Zurück zur Schiene. Nicht umsonst hat die Landesregierung die Zwanzigerjahre zum Jahrzehnt der Schiene erklärt. Nicht umsonst werden dafür 20 Milliarden € in die Hand genommen. Mit Projekten wie dem Fernbahntunnel Frankfurt, die ICE-Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim, der Nordmainischen S-Bahn, der Verbindung Hanau-Fulda, Herr Kollege Meysner, und vielen, vielen mehr Projekten haben wir eine Rolle als zentraler Verkehrsknotenpunkt in Deutschland. Europa werden wir somit gerecht. Auch darauf sind wir stolz. Aus heutiger Sicht ist also klar, als die Bundesregierung die Verantwortung über die lokalen Schienennetzen den Ländern übertragen hat, war es zweifellos die richtige Entscheidung, über eine Struktur regionale Verkehrsverbünde diese zu schaffen. Mit rund 40.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im hessischen ÖPNV sowie 160 Verkehrsunternehmen, über 1.000 Buslinien, 41.000 km zurückgelegte S-Bahn-Strecke pro Tag allein im RMV, ist aus diesem interkommunalen Verkehrsprojekt längst eine der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren für unser Land geworden, ganz zu schweigen von der Bedeutung einer guten Verkehrsinfrastruktur für Wirtschaftsunternehmen, die auf flexible Beschäftigte und eine effiziente Logistik angewiesen sind. Auch in der Digitalisierung setzen die Verkehrsverbünde Maßstäbe. Zu Beginn des Jahres feierte der RMV den Meilenstein von 25 Millionen verkauften Handytickets. Über 600.000 Menschen nutzen elektronische Fahrkarten auf der Chipkarte des eTicket Rhein-Main. Die digitalen Plattformen ermöglichen darüber hinaus eine enge Verknüpfung von Verkehrsmitteln, z. B. Sharing-Angeboten sowie Bezahlung, Beratung und Ticketmanagement, alles in einer einzigen App. Elektronische Unterlagen reduzieren dabei entsprechend die Abfälle und gleichzeitig den Zeitaufwand und den Stress der Fahrgäste. Die Unterlagen kann man übrigens auch immer besser während der Fahrt abrufen, denn immer mehr S-Bahnen und Züge haben WLAN. Auch in den Bahnhöfen gibt es immer mehr Hotspots. Die Verkehrsverbünde machen sich weiter in Richtung Zukunft. Die Reisenden und die Umwelt danken es Ihnen. Meine Damen und Herren, die Corona-Pandemie hat die Verbünde ausgerechnet im Jubiläumsjahr schwer getroffen. Fahrgäste blieben weg, Einnahmen brachen ein. Die hessischen Verkehrsverbünde haben aber gezeigt, wie sich in einer solchen Krise trotzdem ein adäquates Angebot aufrechterhalten lässt. Mit klugen Hygienekonzepten und einem gut geplanten Notfallplan hat sich der ÖPNV in Hessen als krisensicher bewiesen. Vor diesem Hintergrund begrüßen wir es sehr, dass der Bund im Rahmen des Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets die Regionalisierungsmittel einmalig um 2,5 Milliarden € als Zuschuss erhöhen wird. Das ist ein wichtiger Impuls für unseren ÖPNV. Ich habe jetzt die Kritik gehört, dass wir da nicht genug nachlegen würden. Ich habe mich noch einmal rückversichert. 250 Millionen € haben wir jetzt im Sondervermögen eingeplant, um den ÖPNV zu unterstützen. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt CDU und SPD Ja, ich habe Ihnen zugehört. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich gedankt. Durch Ihren Einsatz haben Sie wesentlich dazu beigetragen, unser Land in dieser schweren Zeit am Laufen zu halten. Wir als CDU werden auch weiterhin an der Seite der Verkehrsverbünde stehen und gemeinsam mit unserem Koalitionspartner die Weichen für den ÖPNV der Zukunft stellen. Wir gratulieren herzlich zum Jubiläum und freuen uns auf die nächsten 25 Jahre fruchtbarer Zusammenarbeit zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger. Ich finde, man kann unserem Antrag einfach nur zustimmen. Vielen herzlichen Dank. Auch wir bedanken uns.